Willkommen zurück zu Mortal Comeback Heute, äh ja, Tömer Nun kommt heute die königliche Turmprüfung, Dingsbums da Irgendwas mit königliche Ach, Königsklasse Letztens hat sich da täglich und stündlich gemacht Und heute kommt, wie gesagt, Königsklasse Ich liess lieber nochmal vor, ich weiß nicht mal, ob ich das letztens vorgelesen habe Wandermönch Sechs Gegner Verteidiger des Erdenreichs und Mortal Kombat Champion Welche Herausforderung sollte deiner Bescherung der Kampfkünste schon gewachsen sein? Ist der Melina Ferator Aaron Black Ermak Oh nein, Chinook Und Guru Äh, ich kann mir jetzt keinen Charakter auswählen, oder? Oder spiele ich die? Hä? Liebling Bleib mir vom Leib, Abscheuliche Du wirst dich erinnern, dass du mich liebst Ich weiß, dass wir vorhin Leo Kang getestet haben, aber ich habe ihn gerade jetzt nicht ausgesucht Was ich merkwürdig finde, wenn man nicht aufnimmt, dann kann man viel besser spielen, als wenn man aufnimmt Du weißt, was sie besser willst аш Nein! Ah ja. Okay. Ich muss das nicht verstehen. So, Ferretor. Wofür kämpfst du, Kreatur? Am Knochen-Knack-Knack-Hören! Round One, Fight! Mach du ne feige Sau, Alter. Guck mal, kann ich auch, ja? Man, Alter, du nervt. Es war nötig. Ja, es ist es. Man, der ist so feige, Alter. Ja. So, dass es mir nichts ausgeschen ist. Ich glaube, ich bin heute fröhnen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Für mich, dieser messe ist etwas. Ich bin bereit. Ich bin bereit. du hast keine chance look du bist ziemlich von dir selbst überzeugt zurecht na toll haben wir jetzt schon den nächsten feigen gegner ja er ist feiger oh feige sau alter ja komm alter ziemlich nicht Hm, ich habe ihn nicht getroffen. Ja, man muss auch ein bisschen umverkämpfen, damit ich überhaupt gewinne. Hm, ich habe sie erst getroffen, aber auch egal. So. Kann es auch sein, dass immer wieder sein Kampfstil sich verändert? Ne, man hat dann plötzlich jetzt hier so Dings. Was hat der im Gesicht? So ein Tattoo oder so. Also wenn schon die anderen zwei schon umverkämpfen, dann kämpft er erst recht umver. Oder ich habe einfach ein anderes Kostüm. Loll. Wir sind nur auf einmal. Okay. 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 Jetzt geht es gut. oh god und danach kommt glaube ich schon noch war ja doch so lange er sich nicht in diese seine blöde form verwandelt ich war nicht viel verfahren verwandelt du dich in diesen komischen korruption immer bringt eine botschaft junge ein tod steht kurz bevor deiner vermute ich hatte das sieht so ekelig aus das war eigentlich gerade nicht aber naja ja doch jetzt habe ich einen anderen kampfstil und zwar dualist das heißt dann wechselst du dich doch immer wieder was machst du solltest angreifen und nicht springen ja oh never come get anything Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufnehme. So, Guru. So, der Guru, haha, sehr lustig. Ich habe dich fast besiegt. Mithilfe von Shang Tsungs Magie. Das ist eine Lüge. Round 1, Fight! Ich frage mich, warum jetzt deine Dingslash angezeigt wird, was die MTR hat. Oha, was war das denn? So. So, du überschätzt dein König. Round 2, Fight! Ah, jetzt auf einmal. imein.... Probe. So, jetzt kommt drauf, bitte. Mh. Final round fight. Ey. Du bist unwürdig. Mann, komm, Alter. Sei nicht so feige, Junge. Guck. Ja, das war wieder Das war wieder Mortal Kombat Ich hatte gerade nur gelesen, was da stand Ihr habt gewusst, dass ich Keine Punktzahl Also von den Turmziehen nicht erreicht habe Ja, das waren jetzt Alle Türme In lebende Türme Rang weltweit Ah ja Das ist natürlich hier Fordere deine Freunde heraus Dazu heraus Deine Höchstpunkte in einem Zufällig generierten Turm zu übertreffen Das heißt, es ist irgendwas mit online und so zu tun Ich werde das nächste Mal gucken Wie es läuft Wenn nicht, dann werde ich kurz in den Einzelspielerkampf gehen Achso, ne Quatsch Ja, das war's dann Ein Gruß und Ganzen Ach, wir werden uns einfach zum nächsten Mal sehen Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt Dann, wie gesagt, sehen wir uns nächsten Sonntag Es hat uns noch Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal